und entschärft sie. Wechsel das Magazin! Großer Turm ist das Fenster angeschlagen. Müssen wir aufpassen. Nihil, du kannst es rein, bist du schon da? Gerade ein wenig Schiss. Ich bin da. Zu vorne gleich mal gestellt. Außer Turm sehe ich aber niemanden. Außer ein Licht. Ich drohne. Vigil, irgendwo. Jetzt steigen wir Zeit. Zu. Die sind einfach zu gut für mich. Da habe ich noch gar nichts. Da hat er aufgesprengt, Mikkels. Ich habe das gesehen. Ja, ja. Ah, unten. Ein größerer Wettel noch. Der ist wieder ein wenig runtergelaufen. Da rennt auch hier oben noch einer rum. Wo oben? Ich höre auf der einen Drohne aus diesem kleinen Schlafzimmer. Den habe ich. Genau, das war der Wettel noch. 10 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Meistrus hat sehr wenig Leben. Der kommt, wenn dann durch diesen kleinen. Ja. Ist jetzt halt eben Kinderzimmer. Live ping, Michael. Live ping. Der kommt zu dir. Der kommt zu dir. Ich sehe keinen ping. In dem Schlafzimmer schon. In dem Schlafzimmer schon. Vor deinem Balkon. Aber lassen wir ihn. Ich sehe ihn ja, wenn er zur Bombe geht, sehe ich was. Du kannst auch chillen. Die Bombe habe ich im Blick. Er kann jetzt nicht mehr. Jetzt kommt er wieder ins Schlafzimmer rein. Jawoll. Sehr geil, Michael. Jawoll.